Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute ETS 2 im Multiplayer zusammen mit dem McManus, der hinter mir irgendwie da steht und ich vorwärts fährt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. Bestimmt hast du mich von hinten angeschubst oder so. Ja, ja. Genau, das war der Grund. Ich freue mich gleich auf Mittagessen. Was? Auf Mittagessen? Ja. Meine Freundin ist zwar nicht da, aber meine Freundin hat Zucuk-Pizza mitgeholt. Ganz haft. Ja, sei froh, dass der Teamspeak kein Geruchding hat, Alter. Bei mir gab's gestern, ey, wir waren ja wie gesagt auf dem Geburtstag gestern, da gab's drei Salate. Und da gab's ein übelst geilen, ein übelst geilen, ähm, ähm, Nudelsalat. Und da ist aber leider der Knoblauch ausgerutscht. Äh, also da kann ich, da kannst mich heute nicht locken mit sowas, ey. Okay. Das war... So. Einfach prima. Was ist der denn da? Ich weiß mir ja gar nicht, wie der da fährt. Das kann ja nur nach hinten losgehen, oder? Okay. So, ich muss ja mal eben was... Wo bist du denn? Ja, hinter dir, ich sehe dich. Das ist eigentlich ein schöner Abstand, mein Freund. Das tue doch nicht so, ey. Ich hätte sowieso ein Fünfer drauf, dass du mich angeschubst hast, oder irgendwie sowas. Ja. Das ist mir noch nie passiert so. Das kann gar nicht anders sein. Ja. Oh, scheiße. Ich wollte tanken. Kann ich wo knicken, ey, Sam? Ich fahre eben hier rückwärts rein. Was machst du eben? Hier rückwärts rein tanken, oder? Was? Nee. Nee. Äh. Ich will hier gerade was posten, ne? Und den. Ähm. Kann ich schreiben und fahren. Das ist wie du bist behindert, ey. Brauch doch Tempomat rein. Ich will dir aufs Lenken, nicht ums Gas geben. Ich will auch eben anhalten. Nee, 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 nee. Folge mal, was schaffen sie, Abwechslung? Wenn wir mit dir unterwegs sind, müssen wir so jedes Mal, wenn es läuft, nutzen. Wenn es rollt. Ja, alles klar. Huh? Huh? sie was jetzt ganz geschmeidig ja warum dafür kein unfall mehr passieren ich hab schon acht prozent auf den hänger was sag ich dir das auch nur weil du mich angeschubst da verwende ich meinen arsch drauf ich gucke mir die folge sowieso bei dir an mach das und teilen wenn ich jetzt ein unfall baue weil ich das lesen muss hau ich dich alter erst mal liken das geht schon ich nehme gerade hast du gesehen ich versuche gerade zu lesen aber hier kommen ein paar kurven deswegen muss ich mal eben ach ein Stück flotter lund ach so ey lois jetzt hier noch nein ich will ich jetzt nicht ich brauche kurz ruhe ja sie ist nervt manchmal ein bisschen ne ich sage ja ist ein bisschen aufgeblasen ja ja da reicht das jede luft raus war eben hier tanken fahren ja ich danke auch gleich habe zwar nach halb voll aber wenn man schon mal hier steht 500 mark euro das ist ja unfassbar ja ja da wenig 400 liter sag mal rechnest du eigentlich noch um von dem mark in euro nein warum ich kann dir auch sagen warum das 14 jahre her ist naja aber warum ne ich tu das auch nicht aber manchmal kommen so leute so ja 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 500 mark ja genau ne 10 mark ja genau ja und du guckst du sagst ne 5 euro ne 10 mark oder die sagen so hier wenn du sie kassierst und dann sagen sie zu euro einfach mark ja weißt du also die rechnen das nicht um die verdoppelt es nicht sondern die sagen schon die gleiche zahl aber mark und nicht euro ja genau ja ja das schlimme ist ja manche sagen mark manche sagen d mark und das ist ja auch ein unterschied ne mark war ja vor der d mark ok ja weißt du nicht ne wusste ich jetzt nicht ehrlich gesagt also es gab die mark da gab es nicht damals diese scheine weißt du was meine mutter meine oma hat mir was erzählt da gab es achso das war du meinst im krieg das war solche schuldenscheine oder irgendwelche scheine ja mit äh hier eine milliarde ja genau irgendwie sowas aber es gab die mark ne das war zu ddr zeiten ja dann kam die d mark also die deutsche mark ja und dann kam der euro und jedes mal wurde er halb also jedes mal wurde er halb ach danke oder war es der lkw und jedes mal wurde er halbiert weißt du ja ok weißt du wer tot ist äh ohja kohl mit kohle ne ja was mein guter Mann mit wann der 90 keine ahnung ey ich glaub der war irgendwas mit 70 oder 80 mit kohl war der nicht schon älter keine ahnung ich weiß jetzt auch nicht so genau der hat ja auch bis zum schluss seine 40 zigaretten geraucht ne ja läuft bei dem naja 40 zigaretten ja keine ahnung wie viel das hab ich jetzt nur so gesagt naja warte mal äh Helmut der hat ja die merkel groß gemacht war der die kennste das hier dieses Helmut Helmut so ähm der hat die merkel ja ausgebildet ne ja der mentor ja war der padawan von der Angela ja ja andersrum Angela war der Padawan ja ja wo ist er denn unser Helmut du hast aber die straße im blick ne ja warum achso weil du so schnell angekommen bist und immer mehr in mich rein und ich weiß ja nicht warum fährst du nicht schneller kann ich nicht fahr 126 ich drück durch Junge es geht nicht meine Presse hast du vielleicht ein falsches Getriebe drin wie gängig hast du 12 ja ich bin grad A12 drin der denn da vor mir habe ich auch Angst vor ey bobo monster ist geil ja mit solchen unterbemittelten muss das hier in einer in ein Ding sein ey boah ey wenn ihr mal vorhaut da war jetzt einer von hinten gekommen und hätte das hätte uns so ein Spruch gedrückt ja was dann der hätte mal wieder gesagt boah ey ne was für voll der hatte das monster logo hast du das nicht gesehen achso ne wie findest du eigentlich mein neues Kanal banner hab ich noch nicht gesehen warum du Muschi ey hab mich sowieso gewundert ich hab den ganzen Tag eigentlich auf eine Reaktion von dir gewartet aber das ne ich war wirklich also ich hab gestern echt es ging gar nichts ey ja 87 war der sag ich doch irgendwas mit 80 ja 87 boah du hast Pan 70 gesagt ey ich hab 70 80 gesagt alter hm und wenn du von ich ja 70 80 siehst du 8 und die 7 war schon mal drin klasse oh Manus hier kommt ne Mauer brems mal ab bitte fahr rechts fahr ganz rechts ne da wo das rote X ist da musst du hin mhm Tja ey hast du Legs oder was war das denn ey was hab ich denn du hast wahrscheinlich Legs ich überhole dich sogar in der Maut du Pimmel ey du stehst ja immer noch ja ich muss auch mehr zahlen als du das ganze Kleingeld erstmal daraus frimme hast du wieder nichts dabei oder oh alter ey es ist so krass warum versäufst du immer alle ja ich hab gestern echt auf ne Reaktion von dir gewartet aber wenn du wirklich keine Zeit gehabt hast dann hab ich auf sonst gewartet aber ich guck's mir heute an setzen davon ja ich hab immer Skype aktualisiert aber kam nix und kam nix ich hab immer Skype aktualisiert der Hoffnung dass Manus mir schreibt richtig so dann war ich gestern am Stream und dann kommt Manus mit seiner Nachricht an der Padawan hat darauf gewartet dass ein großer Meister das okay gibt meine lieben Freunde ich habe jetzt gerade die Facecam nicht an aber wenn du jetzt sehen wie ich mich übergebe mach das immer so geräuschlos ja rei da richtig was ich schrei da ja richtig ja glaub ich dir ey mal kurz meine Augen drauf reinmachen ja während der Fahrt ja oh Alter Mirono wir sind auch mal ein paar Tracker alter während der Fahrt Handy während der Fahrt Augen tropfen scheiße ja ja ich weiß aber nicht was mit der Make-up wie los ist warst du mal in der Werkstatt vielleicht kaputt oder so ne ja alles gut oh Gott ich war gestern bei Randy im Stream und hab da mal Hallo gesagt und so und ähm er war auch ETS am Spielen und dann hielt er an der roten Ampel ich so wow du hältst wirklich an der roten Ampel und dann schreibt der Chat also mehrere Leute wundert mich dass du und Manus noch nicht gebannt worden seid in das Game wie ihr zwei Spastis und ich die Gegend cruised was ich war immer ordentlich ich war total ordentlich jetzt ohne Scheiß boah ist das gemein ey das ist wirklich gemein zeig mal was du drauf hast hier jetzt gibt es das Schneckenrennen ja da kommt er vorbei Platz da Bitch Alter 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 wir sind so eine Transition hihihi 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 wie schnell der Ausgewicht ist auf die rechte Fahrstreife hihihi na was soll das man ey hihihi 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 Mann ey so ich moderiere jetzt ab ja gut gut meine lieben Freunde wenn es euch gefallen hat das Like nicht vergessen schaut beim Bobo vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal haut rein tschüss